willkommen zu einem neuen video auf family fun ich habe mich ein bisschen fertig gemacht meine haare hergerichtet ganz wenig darüber gelettet und so genau heute ist baby altei tag baby also mein enkelkind der schläft heute bei mir ist heute oma tag weil die gehen heute zum fußballspiel und es ist abends um 8 und deswegen behalte ich alter hier weil er geht um halb acht schlafen was soll er auch ein fußballspiel und ich habe gesagt in der nacht brauchen sie das kind gar nicht mehr abholen weil der schläft dann bei oma so und mein einkauf heute besteht aus Pizza, drei Stück, Geramont, Toast, Tomaten und so weiter, Eier, Eier und Suppeneinlagen für meinen Suppenkasper, wer ist der Suppenkasper bei uns im Haus? Milley natürlich, Tomaten und ein bisschen Obst, Brot und von Müller habe ich mit mir die Wattepads, Augenmakeup entferne von Nivea seit Jahren, mein Favorit, Windeln für Altai, Sushi für die Milley, die waren im Angebot 30% reduziert, die ist sie eh heute gleich, sind noch zwei Tage haltbar, genau, das war mein Einkauf heute. Zuerst heißt es, mal Suppe kochen für Milley und Altai, wenn der Altai am Nachmittag kommt, muss mein Essen fertig sein, ich habe jetzt Hackfleisch angebraten und Tomaten machen ein bisschen rein, dann habe ich so Tomaten rein, so geriebene Tomaten, schön und hier habe ich Gemüse, Gemüse, Pulver, Gemüse, genau von dem auch rein, dann tue ich noch Wasser dazu gießen, ich tue kein Ding rein, Gewürze, also Pfeffer oder sowas, weil der Altai ja essen soll. Runterschalten und dann einfach kochen lassen, bis die Nudeln durch sind, die Schottennudeln. Auf der anderen Seite mache ich das normale Essen, Kartoffeln mit Hähnchenschenkel, ich habe die gewürzt mit Paprika, Pfeffer und Salz, Kartoffeln, umrühren schön, bisschen Öl habe ich rein, Hähnchen würze ich mit Hähnchengewürzsalz, da fährt ein Amazon Auto, ich glaube der kommt zu mir, ja, der kommt zu mir. So, fertig, tue ich mal hierher, den Ofen vorheizen und in der Zeit kochen noch meine Suppe, dann bin ich wenigstens nach Mittag fertig, wenn Altai kommt und Millet von der Schule kommt, alles, so liebe ich das. Suppe ist fertig, ich habe noch Petersilie frische und Minzblätter habe ich rein, so getrocknete, ich habe jetzt bisschen mehr Nudeln rein, weil das der Altai auch satt wird davon, ich möchte halt nicht zu viel Brot rein tun. Genau, Suppe ist fertig. Ich bin wieder in meiner Jacke, bei uns ist es so kalt, weil unsere Heizungen nicht gehen. Ich verstehe es nicht, Millet ohne Jacke hier, guck mal, die isst gerade die Suppe und schmeckt dir die Suppe? Schmeckt dir die Suppe? Ich bin versalzt, du bist verliebt, gell? Was? Wenn man versalzt, ist man verliebt. Oder was ist hier verliebt, bitte? Wenn man versalzt, ist man verliebt. Wenn man versalzt, ist man verliebt. Ich habe es aber nicht versalzen. Sie hat gesagt, sauer! Jetzt gibt es Essen für Altai. Mama tut schon vorwärmen, also aufwärmen, vorwärmen. Was machst du mit dem Kind? Das ist doch deine Mama! Millet, ich fiel wieder mit Weitwinkel, merkst du das? Was hast du mit Weitwinkel? Ja, dann habe ich nicht alle drauf, weißt du. Wir müssen auch essen eigentlich, gell? Wir müssen auch essen. Wir gehen sonst vorhungern, wie im Stadion. Im Stadion gibt es vielleicht auch was zu essen. Und es kostet siebfach, ja. Was suchst du da drin, Hakan? Was für Red Bull? Häh? Ich habe es gerade gesagt. Ach so, denke ich mir, hä? Und du bleibst bei mir, gell? Du darfst ja auch nicht in den Stadion. Komm, Alter, bitte komm zur Oma. Schau mal, wie... Mama? Essen schon, gell? Mama? Ja, aber bei Halla bleiben will er auf jeden Fall, gell? Mh, lecker! Schmeckt's? Altei? Altei, hallo! Mh, lecker! Hab ich nicht! Hab ich nicht! Was? Sie sagt, ich habe das versalzen. Was erzählt die da? Überhaupt nicht! Ich habe nicht mal Gewürze rein. Gar nichts! Ja? Ist der wirklich noch alles in den Gang und ich gehe definitiv so zuvor ja? weil unten drehen die ein Video von Milets Welt ab, gell, für Milets Welt wird ein Video gedreht, da müsst ihr unbedingt reinschauen, blind, taub, stumm, mach ins Backen, genau, Zutritt, da geht's ab, Hakan schreit schon wieder, und endlich, die Cian im Hintergrund, also jetzt gibt's Essen, 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 und wie war das Video jetzt, ist es lustig, also Hakan hat geschrien ohne Ende, okay, also, guckst du, Alter, lecker, aber du hast es schon gegessen, viel Spaß, viel Spaß euch, oh Gott, mach mal Licht, hä, was ist mit dem Licht los, ja, zieh lieber fette Jacke an, ja, tschüss, das war geil, jetzt passt, tschüss, gute Nacht, Tschüss, also jetzt geht's, komm, tschüss, 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 und weil Alter so brav war, wenn die Eltern weggehen, kriegt er Belohnung, schmeckt's lecker, oh, 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 was machst du? Wenn die fortgehen können, dann können die auch fortgehen, geh, Alter, jetzt gehen wir zur Uroma und Opa besuchen, okay, schön sitzen bleibe, schön im Auto sitzen bleibe, ich komm gleich, so, jetzt tun wir bei Uroma Schubladen ausräumen, geh, Alter, da ist Tee drin, nein, das ist nein, die anderen Sachen darf ich ausräumen, dieses Kind ist nicht normal, wie sie sich wehrt, nein, 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 da ist Tee drin, musst du auf deine Finger aufpassen, ja, du kannst deine Finger da einzwicken, ja, jetzt, da, komm, geh, jetzt gibt's Tee, bei Umi und Opa, geh, okay, du darfst noch nicht trinken, diese Cashew, sie habe ich gerade probiert, so scharf, Hot Thai Cashew, also wer es noch nicht kennt, wenn man draufbeißt, ist es sehr scharf, aber dann, geht's eigentlich, aber, nee, für mich ist es nichts, ja, Alter, so, Altai zieht den Schlafanzug an und sagt, Gute Nacht, wir gehen jetzt ins Bett, Teele, mit den schönen Bett steigen, Teele, ja, Gute Nacht, du kriegst jetzt gleich Flasche. Altai schläft, mein Lieben, endlich Altai schläft, also der hat sich heute schon gewehrt, irgendwie habe ich seinen zweiten Schnuller nicht dabei gehabt, er brauchte noch zwei Schnuller, eine will in der Hand halten, und dann hat er geweint und bis ich ihn beruhigend gemonte, hat so circa 20 Minuten gedauert diesmal, aber, jetzt haben wir es geschafft, ach du Schande, ich glaube, das wasche ich doch mit der Hand hier, ja, jetzt muss ich hier mal meine Küche in Schuss bringen, weil das ganze Zeug vom Muffin und das verbrannte Zeug, die haben da was verbrannt und so, ja, muss ich sauber machen, genau, ja, was wollte ich eigentlich sagen, mehr passiert heute eigentlich gar nicht, der Tag ist rum, ich weiß nicht, wann die jetzt vom Fußball nach Hause kommen, ich werde mich definitiv jetzt zurückziehen, ich werde meine Serie anschauen, genau, Serie, und, ja, genau, dann werde ich noch diese Packung Schokolade essen, Lindor, Karamell und Salz, ich mache zwar die roten, da ist so zweierlei Schokolade drin, aber, habt ihr eine Schokolade, die gönne ich mir jetzt, das sind genau 100 Gramm. Das war es mit meinem Video, oder mit unserem Video heute, äh, Milets Video, äh, wenn es kommt, blind, taub, stumm, äh, Muffins backen, Kuchen backen, mit Ilka und Hakan, verpasst das Video auch nicht auf Milets Welt, schaut mal rein, ist sehr lustig geworden, haben sie gesagt, ich habe es noch gesehen, ich muss es eher noch schneiden, genau, danke fürs Zuschauen, abonniert gerne unseren Kanal und bis zum nächsten Mal, tschüss. Bis zum nächsten Mal, tschüss.